Die Schau-ins-Land-Reisen-Arena ist die Heimat des MSV Duisburg und somit eines der wichtigsten Zentren des Sports in Duisburg. Der MSV ist einer der traditionsreichsten Fußballvereine in Deutschland. Die Arena ist 205 Meter lang, 165 Meter breit und 26 Meter hoch. Insgesamt wurden 15.000 Kubikmeter Beton, 1.500 Tonnen Stahlseile und 7.600 Quadratmeter Rollrasen verbaut. Die Schau-ins-Land-Reisen-Arena bietet Platz für knapp 32.000 Zuschauer. Die interessieren sich natürlich vor allem für Fußball, doch ist die Arena auch Austragungsort vieler weiterer Events. Bisheriger Höhepunkt waren dabei die World Games, die Weltspiele der nicht-olympischen Sportarten.